Vor Zeiten las ich etwas über kunstsinnige Briten, die sich der Mühe unterzogen hatten, ihre Literatur nach dem schönsten Satz der englischen Sprache zu durchforsten. Der von ihnen ausersehene Satz gefiel auch mir außerordentlich. Es war darin von sanften Hügeln und einem Bachtal die Rede und, obwohl ich mir den Satz nicht gemerkt habe, lässt sich getrost vermuten, dass das beschriebene Bachtal weder linealhaft gerade verlief, wie der Mittellandkanal noch unangenehm durch abrupte Richtungswechsel auffiel, sondern eher der Spur von Quecksilber gelich, das auf einem von einem zitternden Trinker schiefgehaltenen Dessertteller ausgegossen wird. Aber nein, das ist gar nicht schön, jedenfalls nicht so schön wie der prämierte englische Satz, der, da er sich einem gemächlichen Dahinkriechen widmete, nicht kurz sein konnte, bei aller Länge aber doch klar war und bei aller Klarheit vertrackt und verträumt. Ein solcher Satz ließe sich auch leicht im Deutschen finden, dachte ich, machte mich aber nicht auf die Suche, weil meine Bibliothek nicht umfassend, meine Findigkeit nicht überragend ist und andere das besser können. Die Klugen, die ich kenne, sagen wie aus einem Munde, dass die schönsten Sätze bei Adalbert Stifter zu finden seien. Und wer wäre ich, das anzuzweifeln? An mir soll es heute vielmehr sein, den hässlichsten Satz der deutschen Sprache zu präsentieren. Ich fand ihn im Jahre 2005 in der Theaterrezension einer Qualitätszeitung. Dabei ist der Satz nicht etwa hässlich, weil er unharmonische Vokalfolgen enthielte, zischende Konsonantenhäufungen oder grammatische Unbilligkeiten, sondern der schieren Dummheit und Bedenkenlosigkeit wegen, die er ausdrückt. Er besteht ausschließlich aus Phrasengerümpel. Auch ist er nicht auf ungewöhnliche Weise hässlich, sondern auf exemplarische. Den Bauteilen, aus denen er sich zusammensetzt, begegnet man täglich. Der Satz ist nichts als Lügenschaum und dumme Fratze. Er lautet, in schonungslos verknappter Sprache bringt er die alltägliche Gewalt auf die Bühne und liefert so eine radikale Bestandsaufnahme des Lebensgefühls einer Generation. Gehen wir das Floskelscheusal von vorn bis hinten durch. Schonungslos verknappt. Die Verknappung sprachlicher und anderer gestalterischer Mittel kommt dem Denkmüden und Unempfindlichen stets zu Pass. Alles wird so schön übersichtlich. Der Reduktionismus wird nun seit Jahrzehnten als künstlerisches Allheilmittel gepriesen und diejenigen, die es lieben, sich von Knappheit berieseln zu lassen, vertreiben eventuelle Zweifel nur allzu gern, indem sie jene paradoxe Spruchweisheit bemühen, nach der es ja stets das Einfache sei, das am schwierigsten zu machen und daher eh am besten eine Lüge ersten Ranges. Es gilt aus der Fülle der kulturgeschichtlich erworbenen Möglichkeiten, die jeweils Angemessenen auszuwählen. Seien die nun simpel oder kompliziert? Wozu hat sich die Menschheit bis ins 21. Jahrhundert gequält? Damit sie am Ende an rohen Kartoffeln erstickt? Die alltägliche Gewalt. Wir kennen und schätzen den Hitchcock-Film Fenster zum Hof, in dem James Stewart in Folge eines Unfalls behindert durch ein Fernrohr, die teils banalen, teils dramatischen Geschehnisse in den übereinandergeschichteten Lebensräumen seines Nachbarhauses beobachtet. Es ist zumal für einen Theatermenschen sicherlich eine reizvolle Sache, diese Szenerie auf eine gefällig radikalisierte Art in die Gegenwart zu transferieren, indem man an einem vielgeschossigen Wohnblock der architektonisch blamableren Art vorbeifährt und sich dabei vorstellt, in sämtlichen Parzellen oder Waben, nennen wir sie Wohneinheiten, würden Menschen einander Grausamkeiten zufügen. Die Fenster wären heller leuchtet und gardinenlos und man sähe alles. Im siebten Stock wird gewürgt, im achten erstochen, im neunten schlicht geprügelt und in der Wohnung rechts davon wird eine Frau vergewaltigt, im Stock darunter ein Junge. Das Problem ist, dass diese Fantasie leichtfertig und jedermann-like ist und daher zu jenem Klischee versteinerte, dass man die alltägliche Gewalt nennt. Leute, die sogenannte Brennpunkte bloß vom Hörensagen und Tätlichen vermeiden kennen, das heißt vor allem aus den Politmagazinen von ARD und ZDF, sind geradezu verknallt in die Idee, in gewissen Vierteln würden Fäuste, Messer und das ordinäre Wort regieren. Selbst im Berliner Bezirk Neukölln gibt es aber viele Leute, richtig viele Leute sogar, die nicht im düstersten Traum auf die Idee kämen, einander am Frühstückstisch Schlampe zu rufen. Das Gequatsche von der alltäglichen Gewalt wäre vielleicht leichter zu akzeptieren, wenn es ab und zu einfach um der lieben Abwechslung willen von Bemerkungen über die alltägliche Mutterliebe oder den alltäglichen Gemeinsinn aufgebrochen würde, denn die sind zumindest in den mir bekannten Problemvierteln in etwa ebenso präsent wie die Gewalt. Bühne. Gegen das Wort Bühne habe ich absolut nichts einzuwenden, ist doch toll, wenn einer jonglieren, tanzen oder jodeln kann und das anderen Leuten zeigen möchte. Drei Adressaten sei etwas geraten, der Politik immer schön subventionieren, dem Publikum immer schön hingehen und an der Kasse nicht um Ermäßigung feilschen, dem Künstler immer schön aus der Fülle schöpfen und nicht schonungslos herumknapsen. Liefern. Geliefert wird, was jemand bestellt hat. Das ist nicht nach guter Künstlerart. Sie liefern nicht. Sie bieten etwas an oder hauen einem etwas um die Ohren. Geliefert wird dagegen im kommerziellen Pop. Hier noch ein extrem hässlicher Satz aus einer Qualitätszeitung. Der Österreicher liefert perfekten Pop für schwermütige Sommerabende. Radikale Bestandsaufnahme. Eine Bestandsaufnahme hat das Ziel festzustellen, was vorhanden ist und was fehlt. Der Kaufmann zählt seine Mischgemüsebüchsen, ein Emir vielleicht seine Haremsdamen. Sulaika hat sich verdünnisiert, denkt er und macht auf seiner Inventurliste in der Zeile Sulaika einen Strich und kein Kreuz. Und genauso verfährt der Bibliothekar, der die Abgänge bei skandinavischen Krimis festhält. Eine Bestandsaufnahme lässt sich entweder nachlässig oder gewissenhaft durchführen. Aber wie sollte man sie auf eine radikale Weise bewerkstelligen? Wütend die Konservenbüchsen in den Hof schmeißen, draufpinkeln und sie dann erst zählen? Das Wort radikal lässt sich heute ohnehin nur noch in historischen Zusammenhängen seriös verwenden. Es ist inzwischen bar jeder fasslichen spezifischen Bedeutung. Radikale Dauertiefpreise verheißen uns die Discountmärkte. Und was sagt Sulaika in ihrem neu eröffneten Nagelstudio in Berlin-Neukölln, dem Emir, der telefonisch anfragt, wo sie denn bitte schön abliebe? Ich wollte halt mal was radikal anderes machen. Lebensgefühl einer Generation. Dass Menschen, die auf einer Altersstufe stehen, insbesondere auf einer niedrigen, durch ein gemeinsames Lebensgefühl vereint sein, ist ein an sich lebenswerter, aber von der Werbeindustrie missbrauchter, romantischer Schmäh, der nicht aus der Welt zu schaffen sein wird. Gewiss, dass Jugend eine Zeit noch nicht beschränkter Möglichkeiten sei, in der alle Türen offen stehen und man in endlosen Sommern der Liebe mit einem weichen Grashalm im Gesicht gestreichelt wird, und zwar von jemandem, ohne den man sich das weitere Leben gar nicht denken kann, das ist eine Vorstellung, die man eigentlich nur ungern einem klaren Blick opfern möchte. Allerdings streicheln die jungen Leute, die von den Theaterregisseuren so schonungslos auf die Bühne gestellt werden, einander nicht allzu häufig die Gesichter mit Halmen. Alle sind zermürbt und ohne Zuversicht. Keine Halme, sondern Helme, um die alltägliche Gewalt auszuhalten. Ja, die Jugend, mal ist die süß, mal ist die sauer. Erst rot vor Zorn, dann wieder bleich und glücklich. Meistens aber so mittel. Diese Launenhaftigkeit taugt freilich überhaupt nicht zur Charakterisierung der Jugend, denn in allen anderen Lebensaltern, außer vielleicht, wenn es allmählich dem Ende zugeht, verhalten sich Menschen genauso. Darüber zu urteilen, ob das Wort Lebensgefühl außerhalb von Pop, Werbung und Alltagsgebrabbel überhaupt sinnvoll zu verwenden ist, fehlen mir letztlich Fachkenntnisse in Gefühligkeit. Horcht ein Mensch in sich hinein, um festzustellen, ob er in der Welt ist, wird er vielleicht eine Art Summton verspüren, den Ur-Summton seiner Existenz. Lässt man Tagesaktualitäten wie Zahnschmerz oder schlechte Laune außer Acht, bleibt dieser Ton das ganze Leben gleich. Hannah Arendt schrieb, Das Ich altert nicht. Dies ist der einzige Satz von Hannah Arendt, den ich kenne und zitieren kann. Doch reicht er mir aus, seine Autorin zu schätzen. Das Ich altert nicht. Große Erkenntnis, zu welcher man hinzufügen könnte. Und es, das Ich, gewöhnt sich in ermutigend, friedvoller Weise an seinen Körper. Was hingegen sagen die Floskelanden? Sie sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Was für ein matter, fauler Unsinn. Wenn ein Mensch herausfinden möchte, ob er den Jungen oder Alten zuzurechnen sei, werfe er zunächst einen Blick in seinen Personalausweis, um anschließend die aktuelle statistische Lebenserwartung in seinem Lande nachzuschlagen. Diese teile er durch zwei. Ein Mann ist demnach bis zu einem Alter von 37,8 Jahren jung, danach alt. Eine Frau ist erst ab 40,6 Jahren alt. Wie viel Geziere, Quengelei und Reiterei auf Redensarten könnte sich die Menschheit sparen, wenn sie die Majestät von nackten Zahlen anerkennte. Ein 15-Jähriger, der von Rückenschmerzen und Migräne geplagt, in einem grauenvollen Hochhaus wohnt und Angst vor den Nachbarkindern hat. Was ist der? Jung natürlich, wie mies er sich auch immer fühlen mag. Ein 50-Jähriger hingegen, der rosig und trainiert die Blankeneser Frischluft inhaliert und sich überlegt, welche seiner vielen gut situierten besten Freunde er nach dem Morgenlauf zum spontanen Champagnerfrühstück bittet. Der ist, man schreibe sich das bitte auf einem prominent zu platzierenden Merkzettel, alt. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.